Musik Wir sind hier bei einem wunderbaren Turnier. Es ist ein Tatjugendturnier, ein internationales Tatjugendturnier. Wir haben gerade vorher geplaudert, vor zwei Jahren, drei Jahren, wie wir dabei waren, da war es die Hälfte oder mehr. Ja, es ist tatsächlich so, 2019, also eigentlich sind es sogar schon vier Jahre, war das erste Turnier dieser Art. Es handelt sich dabei um ein Jugenddarts-Turnier, ein internationales, auch von der World Darts Federation geranktes, also ein Weltranglistenturnier. Und das zieht tatsächlich generell eh schon internationale Spieler an, die auf der Jagd nach Weltranglistenpunkten sind. Aber tatsächlich hat sich in den letzten Jahren, trotz Corona-Pandemie und zwei ausgefallenen Editionen, doch herumgesprochen, dass das in Wien was Besonderes ist und nicht nur ein ganz normales Turnier. Jetzt, wie viele Nationen sind heute am Start? Also wir haben insgesamt 19 verschiedene Nationen hier, 89 Burschen und 24 Mädchen, die quasi gemeinsam um Ruhm und Ehre kämpfen. Absolut. Ja, der Jüngste ist glaube ich neun Jahre, stimmt das? Das ist korrekt. Der Jüngste Teilnehmer ist heute neun und gemäß den Altersbeschränkungen der World Darts Federation ist es so, dass du bis inklusive des 18. Lebensjahres hier an diesem Turnier teilnehmen kannst. Jetzt, wenn man sich da so umsieht, das ist schon ein sehr weiter Sprung gewesen vom Wirtshaussport, vom Kaffeehaussport zum wirklich einen voll anerkannten Sport, würde ich immer sagen. Ja, in der Tat. Also wir haben das Glück, dass wir 2020 als assoziiertes Mitglied in die Sport Austria aufgenommen wurden und jetzt im Oktober 22 als Vollmitglied, was uns dem Status als anerkannte Sportart in Österreich quasi zusteht. Und in diesem Zusammenhang hat sich natürlich schon in der Vorbereitung und auch in den letzten zwei Jahren sehr viel getan hin zu einer Professionalisierung weg aus den Wirtshäusern. Das gab schon einen Trend vorher und der wird jetzt aktuell ganz intensiv verfolgt und das machen wir sowohl auf Vereinsbasis und auch mit den Ligen in den jeweiligen Regionalverbänden oder Landes- und Regionalverbänden bis eben hin auch zu all den Turnieren, die wir versuchen an Orten zu veranstalten, in denen man von diesem Image wegkommt. Wir haben das Glück, eine Indoor-Sportart zu sein. Wir sind also nicht auf bestimmte Sportstätten angewiesen. Wir haben natürlich geeignete Anlagen, die wir fix installiert haben. Schwieriges Wort. Aber wir haben so wie hier auch die Möglichkeit mit mobilen Anlagen überall hinzukommen und bei so einer Veranstaltung wie dieser hier bietet es sich einfach an, dadurch, dass sehr, sehr viele Spieler von außerhalb kommen, das heißt anreisen und hier übernachten müssen, dass man eben ein Hotel auswählt, sodass man sozusagen einfach nur vom Zimmer, in dem man wohnt, nur mit dem Aufzug dann zum Spielort fahren muss. Und das ist natürlich schon ein Vorteil, wenn man sich überlegt, wir müssten sonst noch Busse organisieren zum Sportplatz raus oder wie auch immer. Ich glaube, da hat sich das Jufa-Hotel ausgezeichnet für diese Art von Turnier. Na unbedingt. Also ich meine Hotels sind generell gut geeignet, aber dadurch, dass es ein Jugendturnier ist, hat sich das Jufa angeboten. Denn Jufa bedeutet ja Jugend- und Familienhotel und dementsprechend hat man hier auch die Möglichkeiten, 3- und 4-Bettzimmer zu haben, wo so ganze Familien unterkommen, was hier sehr, sehr viel gerade genutzt wird. Wo auch dann die Geschwister vielleicht noch dabei sind und das Ganze sozusagen auch mit einem Urlaub in Wien verbunden wird. Jetzt will man natürlich noch wissen, wie viele Bewerbe sind in diesen zwei, es sind zwei Tage, wie viele Bewerbe sind geplant? Es gibt insgesamt genau drei Bewerbe. Es gibt ein Einzelturnier, es gibt ein Doppelbewerb und auch ein Teambewerb, wo drei Spieler ein Team bilden. Jetzt den Eltern kann man sagen, es ist nicht so, dass sie Angst haben müssen, dass die Kinder jetzt in ein Gasthaus diesen Sport erlernen. Es gibt genug Vereine, die eigene Location haben, wo getrainiert wird. In der Tat. Also die meisten Vereine sind mittlerweile aus den Kneipen draußen. Ist ein bisschen unterschiedlich in den Bundesländern, ehrlicherweise. Also am Land draußen ist es ein bisschen schwieriger, aus dem Wirtshaus wegzukommen, als es in der Stadt ist, einfach weil es weniger Alternativen gibt. Aber das ist sehr, sehr individuell und kann auch nicht pauschal über einen Kamm gekehrt werden. Also das kann in Kärnten durchaus anders sein als in der Steiermark. Jetzt, wenn ich sage, ich möchte meiner Tochter, meinem Sohn diesen Sport empfehlen oder einmal probieren lassen, wo liegen die Vorteile des Sportes für Kinder? Was wird da trainiert? Naja, generell geht es mal darum, den Einstieg zu schaffen und der ist im Dart sehr, sehr niederschwellig. Ich brauche keine große Ausrüstung, ich brauche eigentlich keinen großen Aufwand betreiben. Ich brauche ein Dartset, was ich mir kaufe, kostet 30 Euro, ein Dartboard kostet 30 bis 40 Euro. Und das ist eigentlich schon alles, was ich an finanziellem Aufwand betreiben muss, denn innerhalb des Wirkungsbereichs des österreichischen Dartsverbandes, das heißt, haben alle Vereine, alle Landesverbände, Mitgliedsbeitrag frei für Kinder und Jugendliche gemäß der Altersbeschränkung in der WDF. Das bedeutet, ich kann einfach kommen, teilnehmen, die Turniere finden ohne Startgeld statt für Jugendliche, damit auch ohne Preisgeld. Aber, wie gesagt, ich muss so gut wie kein Geld investieren. Und der nächste Punkt ist natürlich, was habe ich denn eigentlich davon? Darts ist eine Präzisionssportart, man braucht also eine gute Auge-Hand-Koordination, ähnlich wie beim Bogenschießen oder auch beim Bowling oder Kegeln. Und es hat, ähnlich wie Schach, auch eine sehr strategische Komponente, wenn es dann nämlich darum geht, nicht einfach nur irgendwo hinzuwerfen, sondern wo werfe ich genau hin, um mich dann auf Null runterzuspielen, welche Wege, was passiert, wenn ich die Triple 20, die ich nicht treffe, wenn ich die Single treffe, was passiert dann, wo muss ich dann hinspielen, dass ich möglichst effizient, mit wenig Darts, so rasch wie möglich an mein Ziel komme, nämlich das Leg auszumachen. Also es hat eine strategische Komponente und natürlich ganz klassisch, was man eh schon vermutet, dass es auch die mathematischen, vor allem die Kopfrechenfähigkeiten extrem trainiert, weil man natürlich ganz, ganz viel rechnen muss. Man muss addieren, man muss subtrahieren und das relativ recht. Man muss auch multiplizieren, was ist Triple 17, was ist 3 mal 17? Ja, genau, die Kinder wissen es alles schon auswendig. 51 ist die richtige Antwort. Und all das gleichzeitig zu tun und das in einer Schnelligkeit, insbesondere der Schreiber, das trainiert ganz, ganz hervorragend die Kopfrechenfähigkeiten der Kinder. Eine wunderbare Sache, ich kann euch nur gratulieren, ich bin jetzt bei der dritten Veranstaltung dabei, schon eine Jugendveranstaltung, dann in Erdersdorf die Veranstaltung und die waren wirklich wunderbar besucht und das hat auch wirklich tadellos funktioniert mit der Organisation und das zeichnet einen Verband und eine Organisation aus. Herzlichen Dank, ja. Das ist tatsächlich so, dass der ÖDV sich die Jugendarbeit als einen seiner Schwerpunkte ausgewählt hat und dort investieren wir nicht nur viele personelle Ressourcen, sondern auch tatsächlich finanzielle. Und das gipfelt jetzt tatsächlich im Juli dann auch, wenn wir erstmals seit vielen, vielen Jahren, seit bald zehn Jahren mal wieder die Jugend-Europameisterschaft in Wien, das heißt im Wirkungsbereich des ÖDV, veranstalten, die wir aktuell auch schon vorbereiten. Und dort erwarten wir auch wieder die ganzen Nationen aus Europa, die ihre Teams tatsächlich entsenden, die Nationalteams entsenden, um dann um ewigen Ruhm und Ehre und Medaillen tatsächlich hier in Wien zu spielen. Wunderbar, dann sage ich schon recht, herzlichen Dank. Es ist eine tolle Kulisse, wunderbar zuzusehen. Und wie du gesagt hast, mit dem Konzentrierten, also wenn man die Leute anschaut, kurz bevor die werfen, die sind wirklich voll konzentriert. Also ich glaube, die lassen sich durch nichts ablehnen. Das ist völlig richtig. Und hier ist es auch ganz wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen ganz allein im Fokus sind. Sie sind kein Sidekick-Bewerb, sondern sie sind im Fokus der Aufmerksamkeit. Und alle Erwachsene, die hier sind, sind nur da, um für sie zu arbeiten und ihnen das zu ermöglichen. Und das merkt man nämlich auch. Wir haben gleichzeitig Alkoholverbot striktes. Und die allgemeinen Regeln, dass man kein Handy anhaben darf und so weiter und so fort, sie führen einfach dazu, dass man ein Ambiente und einen Rahmen schafft, in dem man sich tatsächlich konzentrieren und fokussieren kann. Denn wie bei anderen Präzisions-Sportarten, beim Schießen zum Beispiel, funktioniert sehr viel über das Gehirn, das Fokussieren und auch die Möglichkeit, den Rest ausblenden zu können, in einen sogenannten Tunnel zu kommen. Das ist ganz, ganz wichtig, damit man eben die Präzision dann tatsächlich auch an den Tag legen kann, an die erforderlich ist, um am Ende auch sportlich realisieren zu können. Dann kann ich nur sagen, einmal ausprobieren. Wer seinen Kindern das zutrauen will, soll es einmal ausprobieren, soll es an einen Verein wenden. Ja, es kostet ja nichts, haben wir gehört. In der Tat, es ist tatsächlich gratis und wir hören schon, wieder ein Sieg für eine junge Dame, die sich sehr freut. Nein, also man kann sich jederzeit auch an den ÖDV wenden. Wir haben ein eigenes Jugendbetreuerteam. Unter www.dartsverband.at findet man alle Informationen, die man benötigt. Und in jedem Bundesland gibt es auch einen zuständigen Landesverband, an dem man sich wenden kann. Oder man googelt einfach nach einem Verein in seiner Nähe, damit auf jeden Fall fündig werden. Und es wird einem auch immer normalerweise auch zielführend und rasch weitergeholfen. Da sage ich schon recht. Herzlichen Dank und weiterhin viel Glück für die nächsten Bewerbe. Herzlichen Dank für den Besuch. Wir wünschen jetzt noch viel Spaß beim Zuschauen und Filmen und Interviewen. Danke. Zurück im Jufo-Hotel zur International Youth Challenge. Wir haben jetzt den aktuellen ÖDV-Bundestrainer bei uns, Markus Braun. Markus, was macht die International Youth Challenge so besonders? Wir haben eine unglaubliche Nationenzahl von 20, 120 Jugendlichen, die hier sich in Wien zur Youth Challenge getroffen haben. Was macht die International Youth Challenge so besonders? Ja, es ist eben auch diese Dimension, also die Quantität ist schon einmal extrem hoch. Aber wenn man jetzt schon zuschaut beim Aufwärmen und so weiter, also es ist auch eine große Qualität vorhanden. Und das macht es eben ganz besonders. Und dass das in Wien ist, ist besonders für Österreich natürlich wunderbar. Auf jeden Fall eine tolle Plattform, die hier den Jugendlichen geboten wird. Welche Möglichkeiten, welche Chancen sagst du, öffnet sich den Jugendlichen, die hier bei der Youth Challenge teilnehmen? Ja, Sie können sich einmal ins Rampenlicht spielen. Wie man sieht, ist TV da, wird das übertragen. Es gibt eine große Resonanz natürlich auf Facebook und in den Medien, sozialen Medien. Das heißt, man kann sich hier wirklich sehen lassen und wird gesehen. Und das ist eigentlich für diesen Sport, so muss man das sagen, eine extrem große Chance. Und für die Jugendlichen total positiv und wunderbares Feedback ist da zu erwarten. Was natürlich bei der Youth Challenge auch hervorzuheben ist, ist dann immer das Rahmenprogramm am Samstagabend, wo es dann einfach auch Absatz von Bord darum geht, die Jugendlichen sozialisieren, in Gruppen zusammenzuführen. Wie ist diese Idee entstanden, dass man auch sagt, man möchte die Jugendlichen auch Absatz von Bord etwas zusammenführen? Ja, das ist hauptsächlich, sage ich mal, eine Idee von unserem Vizepräsidenten, der Vizepräsidenten, Jugendverantwortlichen und der international verantwortlichen Diplom-Vigeneer Dietmar Schumann. Der macht das wirklich da perfekt und hat das gesehen, dass das ein ganz wesentlicher Teil ist, dass die Jugendlichen auch außerhalb vom Tatssport untereinander Kontakte schließen. Natürlich auch die Eltern und die Funktionäre untereinander. So entsteht ein totaler guter Austausch und auch Motivation und natürlich auch persönliche Freundschaften international. Also das ist ein wesentlicher Bestandteil an diesem schönen Sport. Wir stehen hier bei Sportmotorik. Also was Motorik ist, kann ich mir ungefähr vorstellen. Was ist damit gemeint eigentlich? Also Sportmotorik bezieht sich im Endeffekt auf die Bewegungsabläufe des Körpers. Das heißt, es muss nicht immer nur beim Sport sein. Es beginnt schon beim Stehen, beim Gehen hat man immer Bewegungsabläufe, motorische Bewegungsabläufe. Natürlich spezialisiert auf den Sport. Also wir reden hier von Laufen, Radfahren, aber eben auch das Dartspielen. Immer mehr im Kommen in den letzten Jahren, stetig steigend. Und gerade hier spielt die Balance und die Körperhaltung natürlich eine hohe Rolle. Und genau das analysieren wir. Das heißt, jetzt angehen, momentan wird zum Beispiel analysiert, wo ist meine Haltung, was mache ich falsch? Oder wie kann ich... Genau, also es beginnt schon ganz unten bei den Füßen. Oftmals sind schon Instabilitäten einfach in der Balance, in der Haltung zu erkennen. Und das zieht sich dann natürlich über das Becken bis hin in den Rückenbereich und endet dann natürlich mit dem Ausschwung beim Arm. Also alle diese motorischen Sachen werden angeschaut, über Videoanalyse, Druckmessplatten, Innenschuhmessungen. Also das ist genau unsere Aufgabe hier, einfach für die Leute, die Interesse haben, die sich weiterentwickeln wollen oder eben Schmerz lindern wollen, was ja leider manchmal auch nicht ganz abwegig ist. Da können wir versuchen, gemeinsam in die Materie einzutauchen. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, das ist nicht nur für Tart, das ist nicht nur zum Beispiel für Handball, Fußball, sondern auch zum Beispiel Walken oder einfach das einfache Gehen. Ganz genau so ist es. Also ein großer Prozentteil unserer Kundschaften haben wirklich einfach auch Probleme im Alltag. Sei es Rückenbeschwerden einfach nach dem Aufstehen, sei es beim längeren Gehen, dass irgendwo etwas zwickt an der Fußsohle, im Knie, im Beckenbereich. Also es bezieht sich einfach auf alles, was eigentlich Bewegung zu tun hat. Das heißt, wenn jemand jetzt Interesse daran gefunden hat, kann sich an Sportmotorik Wien wenden? Genau. Wir haben alles ganz genau beschrieben auf unserer Homepage. Unsere Dienstleistungen, unsere Angebote, mögliche optionale Einlagen, Versorgung etc. Und können da versuchen, den Menschen da einfach zu helfen, wieder schmerzfrei durch den Alltag zu gehen, laufen, sporten oder einfach zu sagen, ich möchte den nächsten Schritt gehen, leistungstechnisch einfach auch im Sportbereich. Ich möchte besser werden, ich möchte einfach meine Performance verbessern. Wobei kann man vorstellen, dass das in manchen Fällen oft nur Kleinigkeiten sind, die man dann korrigieren kann. Absolut. Also es sind teilweise Kleinigkeiten im Millimeterbereich, die einfach einen Unterschied ausmachen. Also man beginnt mit Kleinigkeiten, die dann auf Dauer einfach einen großen Effekt auf das Wohlfühlverhalten haben, sei es jetzt eben im Alltag oder auch im Sportbereich. Und der Bandbreite, wie ist die abgedeckt? Also im Großen und Ganzen von bis. Also es geht von jugendlichen Nachwuchsspielern, Spielerinnen in den unterschiedlichsten Sportarten, sei es Tennis etc. bis hin zum hohen Alter, wo Mitte 85 gerade von der zweiten Knieoperation und künstlichen Knie zurückgekommen wird, wo es nur mehr geht, möglichst kurze Strecken ohne Stecken gehen zu können. Also wirklich von A bis Z ist hier alles dabei. Wunderbar. Also wer Interesse hat an Sportmotorik, auf die Webseite schauen und sich informieren. Auf die Webseite schauen und einen Termin ausmachen. Perfekt, danke. Danke ebenfalls. Ja, jetzt habe ich einen Spieler aus der Schweiz da, Dartsport. Wie kommt man zum Dartsport? Also es gibt eigentlich verschiedene Wege, wie man dazukommt. Ich selber, ich bin eigentlich wie die meisten über die Weltmeisterschaft dazugekommen, welche ja eigentlich immer im Dezember im Fernsehen übertragen wird. Dann sieht man das mal so, dann überlegt man sich selbst mal ein bisschen zu werfen, dann wirft man ein paar Mal und findet dann eigentlich die Faszination dahinter. Oder man wird davon gepackt und so kommt man dann eigentlich schlussendlich in den Darts-Virus in das Spiel hinein. Wenn man so umschaut, das ist ja wirklich sehr gut besucht. Das heißt, das zeigt aber, dass der Dartsport Luft nach oben noch hat. Natürlich. Also ich meine, man sieht, es gibt viele Nationen inzwischen. Wir haben jetzt heute, wenn ich es richtig verstanden habe, 19 Nationen, die da sind. Letztes Jahr waren es, glaube ich, noch 12 oder so was. Also es werden immer mehr Nationen, die Junioren haben, die an die Turniere kommen wollen. Das heißt, der Nachwuchssport wird größer. Es gibt immer mehr Junge, die spielen wollen und das ist immer erfreulich zu sehen. Wenn man Darts hört, denkt man immer an England oder Irland. Aber ich glaube, in der Schweiz ist der auch sehr stark verbreitet. In der Schweiz ist es bis jetzt noch eher eine Randsportart. Wir haben einzelne Spieler, die langsam nach vorne kommen, die auch einen Eindruck machen können. Aber momentan, wir sind auch in der Kurve, wo wir jetzt immer mehr, immer neue Junioren dazukommen, immer mehr und dadurch auch die Spieler und die Qualität immer mehr am Steigen ist. Wenn man Darts spielt, was trainiert man da so? Ein großer Teil ist eigentlich nur Routine trainieren. Das heißt, einfach die ganzen Abläufe, die du hast, die eigentlich so stark verinnerlichen, dass du nicht mehr nachdenken musst, was du machst. Und dann das Zweite, was natürlich alle immer sagen, das ist eigentlich die Doppelüben. Das heißt, wenn du eigentlich auf die Doppel kommst, dass du dann auch aus dem Leck wieder herauskommst und dann nicht auf dem Doppel stehen bleibst. Das heißt, mental muss man gut drauf sein? Ja, das natürlich. Mental ist einer der wichtigsten Anteile und da sollte man definitiv auch nicht das Training darin unterschätzen. Ich selbst muss ehrlich sagen, ich habe auch lange immer gedacht, ja, zuerst mal lerne ich Darts spielen und dann lerne ich, wie ich mental damit umgehen kann, finde ich inzwischen im Nachhinein ein Fehler von mir. Der mentale Aspekt ist sehr wichtig, weil wenn man die Leistung nicht bringen kann, weil man eben mental nicht bereit ist, wenn man dem Druck nicht standhält, dann bringt das ganze Training nichts. Wie kann man das mental trainieren? Also das eine ist natürlich mit Experten darüber reden. Das heißt, man geht auf Mentaltrainer zu und die kennen dann verschiedene Techniken. Für mich persönlich ist es immer wichtig, eigentlich ruhig zu bleiben und eigentlich in meinem positiven Umfeld zu bleiben. Das heißt, ich lerne so eigentlich Techniken, wie ich mich beruhigen kann, wenn ich nervös werde, eigentlich den Herzschlag sozusagen ein bisschen zu verlangsamen, dass ich eigentlich ruhig werde und dann eigentlich in mein positives Umfeld komme, dass ich denke, hey, komm, alles geht gut, es funktioniert, heute wird es gut. Könnte man fast sagen, ein meditativer Sportart? Ja, würde ich so sagen, würde ich so unterschreiben. Ganz wichtige Frage, mit welchem Alter hast du begonnen? Also ich selbst habe mit 14 im Jahr 2019 angefangen und dann eigentlich also Januar 2019 mit 14 habe ich angefangen. Und Darts, Sport, ist das ein Einzelsport oder auch ein Teamsport? Ich würde sagen, es kommt auf beides darauf an. Wenn man jetzt in einer Mannschaft drin ist, wo man dann auch Ligaspiele spielt, dann ist es natürlich auch wichtig, dass man ein Teamzusammenhalt hat. Aber am Ende bist immer noch du selbst alleine da, der das Spiel für sich entscheiden muss. Da kann dir niemand, dein Gegner kann dir nicht helfen, deine Teamkarten können dir nicht helfen, weil du selbst musst am Ende das Top zu treffen. Eine ganz wichtige Frage, von wo aus der Schweiz stammst du? Ich stamme aus der Region Basel, aus der Schweiz. Wunderbar, da sage ich schon recht herzlichen Dank und wünsche noch viel Glück beim Bewerb. Danke vielmals. Dankeschön. Ciao. Ciao. Guys, guys, please enjoy the very moment that you get. the finest of this Parliament. Congratulations to Team Hungary. Bye. Yay. Yay. Vielen Dank.